Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Do It Yourself Inspiration Kids Club und heute zeige ich euch ein super cooles Buch und zwar haben Kathi und ich das in Köln entdeckt bei Tiger das ist so ein Laden, wo es verschiedene Bastelsachen zum Beispiel gibt und das Ganze kommt aus Dänemark und es sind immer so coole Klebegesichter dabei und ganz ganz viele Sticker, ich zeige euch das einmal hier vorne ist ja schon die Orange drauf mit ihrem coolen Gesicht und ihrem Schnurrbart hier und ihren lustigen Augen und es geht direkt auch los mit diesem Gullideckel da fehlen jetzt natürlich noch die Augen, die Nase und natürlich auch der Mund und vielleicht auch ein paar Haare und es gibt hier noch ganz viele weitere runde Formen hier zum Beispiel nur die Haare dann hier diese Waffel das ist ein Glas und hier gibt es einfach einen Kreis mit Ohren also ganz viele runde Sachen aus denen man Gesichter machen kann hier sind zum Beispiel schon zwei Bäckchen dabei und hier einmal das Innere einer Melone und immer auf richtig schönem farbigen Hintergrund dann gibt es hier noch eine Zitrone und das könnte ein Teppich sein, da bin ich mir nicht so ganz sicher oder eine Fliese hier ist wieder ein gemalter Kopf mit einem Muster hier oben und zwei Ohren also immer rechts und links auf den Seiten ein Gesicht dann hier sehr sehr cool mit Mais als Haaren und den beiden Orangenhälften dann die Gurke und hier so ein bisschen Stoff Stoff oder Teppichboden als Haare und auch gar keine Gesichtsumrandung man kann natürlich auch noch reinmalen hier ist einmal Salat einfach nur rund ausgeschnitten und hier so ein richtig cooler Kringel also ganz ganz viele runde Grundlagen ein Cookie der ist sehr cool ich glaube den mache ich gleich der gefällt mir so spontan im allerbesten also ein Cookie Gesicht gibt es gleich ich blätter mal so ein bisschen weiter hier ist noch so ein Kätzchen dann der Tennisball Mohn noch mehr Kringel eine Zwiebel ganz viel Orange ein Bart in Lila hier ist schon der Schnurrbart dabei und hier die Orange von vorne Pommes auch sehr sehr lustig und dann geht es hier schon los mit den Augen und ein Wollknäuel ah jetzt habe ich mich schon für den Cookie entschieden aber das Wollknäuel wäre natürlich auch super cool also ihr seht es sind insgesamt 40 Gesichter und es sind 292 Sticker und zu den Stickern komme ich jetzt das sind nämlich ganz ganz viele Seiten hier und alle ganz verschieden also es gibt richtige Augen dann gibt es gemalte zuhaugen bunte Augen es gibt Gurkenaugen es gibt Tränen es gibt lachende Augen es gibt diese Augen mit den mit dem Kringel hier drin rumherum dann kommt hier die nächste Seite es gibt Sonnenbrillen es gibt ganz verschiedene Augen man kann die Augen natürlich auch untereinander kombinieren es gibt Augenbrauen dann gibt es Lippen und es gibt auch Häschennasen es gibt Schnurrbärte und Orangen also super lustig und richtig richtig cool auch ein richtig cooles Geschenk finde ich dann gibt es hier Nasen es gibt auch eine Pilznase zum Beispiel ganz viele Bärte man kann natürlich auch Herzchen Augen machen hier gibt es noch so Gekringle dann gibt es Ohren es gibt Blümchen und noch mehr Herzchen und Schleifchen und dann ist das Ganze auch schon vorbei und hier hinten drauf ist die Anleitung einfach eins von den runden Kringeln nehmen und bekleben und eins mache ich jetzt mal mit euch zusammen ich habe mich ja schon für den Cookie entschieden da ist er und ich schaue dann mal was ich da Schönes draufklebe also ich glaube er bekommt richtig coole Augen richtig schöne große große blaue Augen mit ganz langen Wimpern dann gucke ich mal nach einer Nase ich finde ja diese Häschennase sehr sehr cool ich glaube die wird es auch direkt einmal die Häschennase und dann ist hier natürlich noch viel weiterer Platz da schaue ich mal was ich jetzt noch für coole Deko hinten entdecke da sind Brillen hier sind noch mehr Münder noch mehr Nasen aber so ein paar Herzchen kann ich da bestimmt noch drauf verteilen und ich glaube ich mache auf die Gegenseite auch noch ein weiteres Herzchen hier sind auch noch welche davon nehme ich auch mal eins also hier wirklich richtig cool verteilt und hier sind auch noch Hüte ich glaube es gibt auch noch einen Hut dazu also hier kommt noch ein Herzchen hin und ich habe gerade diese Hüte entdeckt und eine Pfeife na aber ich glaube ich lasse es erstmal bei einem Hut diesen hier nehme ich mal so da ist mein Cookie Häschen und es bekommt hier noch diesen super schicken Hut und dann ist mein Cookie fertig und ich hoffe euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht mir auf jeden Fall ich bin total begeistert von dem Buch von mir gibt es einen ganz dicken Daumen nach oben und wenn es euch gefallen hat lasst mir doch auch einen Daumen nach oben da da freue ich mich natürlich immer wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt und wenn ihr möchtet dass wir noch mehr Seiten in diesem Buch machen alles einfach unten reinschreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration Kids Club Tschüss 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 T